Wenn ihr euch das mal anschaut, Leute... Nein! Jetzt ist mir was am Boden gefallen. Scheiße! Servus, meine Freunde! Was geht? Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich befinde mich hier wieder in meinem super schönen Reich, in meinem Studio. Und habe ein kleines Paket bekommen. Und zwar dachte ich mir, ich mache das mit euch zusammen auf. Das Problem ist nur, ich habe alles schon hergerichtet. Ich habe die Kamera aufgestellt und habe vergessen, auf Recording zu drücken. Aber zum Glück bin ich nicht ganz fertig geworden. Besser gesagt, ich habe gerade mal angefangen. Wie ihr es hier wahrscheinlich sehen könnt, das ist hier die neue Farbe, die ich hier in mein Studio bringen will. Das heißt, schwarz mit blau, damit ich hier ein bisschen Farbe bekomme. Und hier unten steht der Karton. 16 Stück sind drin. Das sind die gleichen wie die, bloß halt wie gesagt in blau. Ich habe dazu, glaube ich, schon mal ein Video gemacht, wie ich die anderen hingeklebt habe. Ja, mit dem speziellen Akustikkleber von Thomann. Ist nicht teuer, kostet 3 oder 6 Euro. Das heißt, wenn ihr auch solche Absorber habt, ja, kauft euch solche Kleber. Ihr bekommt die ganz easy wieder ab. Und ich muss sagen, der erste sitzt eigentlich ziemlich gut. Bevor ich aber jetzt zu den anderen Absorbern komme, mein Todesstern, danke für die Kommentare in meinem letzten Video. Ich wusste es, dass es ein Todesstern ist. Ist natürlich auch am Start. Das heißt, der darf jetzt nicht mehr fehlen in den Videos. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den nächsten Absorbern. Ich habe jetzt bloß festgestellt, ich habe vorhin gedrückt, ungefähr wie nochmal was. Und habe festgestellt, hier vorne an der Spitze ist es schon eingetrocknet. Deswegen säge am Start. Ich habe hier eine kleine Werkstatt. Und ich werde wahrscheinlich den vordersten Teil jetzt absägen, damit ich ohne Probleme hier den Kleber rausbekomme. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, auf jeden Fall könntest du mich jetzt einigermaßen sehen. Ich werde, wie gesagt, den vordersten Teil jetzt hier mal abschneiden. Und dann schauen wir mal, ob das alles so klappt. So, Problem behoben. Spitze ist ab. Und ich würde sagen, wir kleben jetzt mal eine schöne Reihe hier oben hin. Und schauen uns dann das Ergebnis an. Ja, nochmal kurz zurück zu den Absorbern. Also, wie gesagt, in einer Packung sind 16 Stück drin. Kosten auf Thomann 44 Euro und haben die Länge von 30x30. Das heißt, 30 auf der Seite und 30 auf der Seite. Und ich würde sagen, wir kleben jetzt mal das nächste hin und versuchen zumindest heute, weil es ist eigentlich schon ziemlich spät und ich muss morgen natürlich wieder arbeiten, dass wir die erste Reihe voll bekommen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze dann am Schluss aussieht. Also, let's go! So, Kleber ist am Start. Und ich würde sagen, wir kleben jetzt mal ein bisschen was hin. Ein bisschen hier. Und ich hoffe, der Kleber reicht noch für so viel. Ein bisschen hier. Also, ich mache immer hier komplett die Ecken voll. In der Mitte nochmal so ein X. Und damit müsste das eigentlich ziemlich gut halten, weil die anderen habe ich genauso gemacht. Wenn ihr euch das mal anschaut, Leute. Boah. Nein! Jetzt ist mir was am Boden gefallen. Scheiße! So, Nummer 2 klebt. Ich mache das immer so. Wie gesagt, ich klebe immer außen was hin. In der Mitte noch so ein X. Und positioniere das einigermaßen gerade oder beziehungsweise parallel zu den anderen hin. Habe jetzt hier so eine Fingerspitzenbreite genommen. Weil ich finde das einfach von der Optik auch ein bisschen schöner. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den nächsten. Ja, der zweite ist jetzt schöner geworden, finde ich. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen weniger hergenommen. Müsste auch reichen. Und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal den nächsten hin zu kleben. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das hier sehen. Hier habe ich eindeutig zu viel Kleber hergenommen. Gut, das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch eine Reihe hin. Dann sieht man das nicht mehr so. Aber den habe ich jetzt eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Jetzt fehlen noch drei Stück. Und ihr könnt mir parallel in die Kommentare mal schreiben, Soll ich jetzt noch eine Reihe machen? Also gleich dahinter. Oder hier hin. Also das heißt, hier unten entlang hinter dem Bildschirm auch. Oder auch vielleicht nur an den Seiten noch. Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Weil, wie gesagt, heute werde ich jetzt nur eine Reihe machen. Ja, lese ich mir eure Kommentare. Beziehungsweise überlege ich mir selber noch was, wie ich die anderen hin klebe. Weil ich will jetzt auch nicht zwei Reihen blau, sondern eigentlich nur eine. Und dann wieder schwarz. Und ich habe euch ja gesagt, ich will ja eigentlich komplett, beziehungsweise nur die Hälfte von der Wand bedecken. Ich würde sagen, weiter geht's. Ich versuche das mal mit einer Hand zu filmen. Und mit der anderen zu kleben. Also wie gesagt, ich setze die eigentlich immer hier fingerbreit hin. Und parallel zum anderen lasse ich auch hier immer ein Stück, also hier in der Mitte, lasse ich mal noch ein Stück frei. Und jetzt muss ich euch doch kurz auf die Seite stellen. So, Nummer 4. Nummer 4 auch fertig. Jetzt kleben wir das noch hin. Und wie gesagt, Leute, der Todesstern, der sieht so geil aus. Und ich würde sagen, ich mache jetzt weiter. Let's go! So, Nummer 4 sitzt auch. Und jetzt noch der letzte. Und dann sind wir fertig. Ja, Freunde, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe jetzt alle 4, beziehungsweise alle 2, 4, 6 Stück hinzukleben. In diesem Sinne, sorry, Leute, wenn das Video ein bisschen durcheinander ist. Aber gehört auch mal dazu. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao!